Was war die DDR? Ein Land. Die DDR war ein sozialistischer Staat, der gefördert worden ist von der Sowjetunion. Es war ein Versuch, den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden zu etablieren, zu versuchen. Plötzlich hatten alle, viele Leute hatten das Gefühl, sie sind die Verlierer und auf der anderen Seite sind die Gewinner. Und der Gewinner hat gesagt, alles was mit der DDR zu tun hat, kommt weg. Die Mauer ist auf, die Mauer ist auf, die Mauer ist auf. Ich war 14, ich hab so ne Augen gehabt, boah krass, die Mauer ist auf. Die Mauer ist auf, die Mauer ist auf, die Mauer ist auf. Ich war 14, ich hab so ne Augen guckt.